Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Ja, es läuft nicht so ganz. Ach ja, ich krieg's grad nicht so super hin. Ich werd's trotzdem mal nochmal auf der Seite probieren, um einmal wenigstens die Schriftwollen zu haben. Und dann werden wir die ganzen Gratler halt in Seensites befördern, ne? Was soll's. So, hü, hüpf, geht's da noch? Ah, war ich schon... Komm ich da vorbei? Na, nicht unbedingt, ne? Die Bogenschützen sind halt... Ja, da kommt ne Wache. Das ist halt alles jetzt ein bisschen doof. Au! Aha, so geht das. Aha. Ja, super. Na toll. Vorher kam ich vorbei, jetzt nimmer, ist sehr fein. Na, das, ähm, ja. Diese Bogenschützen auf dieser Seite da sind echt, also voll lästig. Aber das hilft nix, ich muss die, ich muss die wegtun, ne? Die müssen krepieren. Die müssen verrotten. So. Alter. Wie Alarm ausgelöst. Ernsthaft? Okay. Dann halt drinnen. Es ist jetzt nicht zu glauben, oder? Das ist jetzt schon lächerlich bald. Es ist eigentlich schon lächerlich, aber so machen wir. So, dann halt eben hier die Falle aufgestellt. So. Und... Ist ja einfach nur unglaublich. Okay. Ich glaube, jetzt hat's hingehauen. Das heißt, ich müsste jetzt ein Stück nach vorkommen können. Das heißt, ich muss jetzt halt leider wieder warten, ne? Gut, der jetzt macht Kehrt. Schnell weg mit dir. So. Da drinnen ist Licht, das muss man auch sofortigst wegmachen. Und kein Gratler. So. Okay, das haben wir mal. So, jetzt muss aber der da umsterben. Der muss ganz dringend weg. Das ist ganz, ganz dringend. Ja, sieh, hier kommt da jemand, ne? Äh. Diese Gegner. Vielleicht kann ich ihn aber herlocken. Ich fürchte, jetzt wird der Bogenschütze wiederkommen. Komm, geh weg, Bogenschütze. Yes. Perfekt. Perfekt. Das war perfekt. So. Horuk. Sehr gut. Das lief sehr gut. Kommen wir hier überhaupt drauf? Jupp. So. Du bist mal außer Gefecht. Sehr gut. Klappt ja. Bitte, was will man mehr? So, ich muss mal kurz schauen. Wo denn jetzt irgendwo... ...da drüben liegt und so. Okay. Eine Schrift von der Rolle. Soll es hier keine mehr geben. Ich dachte nämlich, da würde es eine geben. Doch, natürlich. Hier. Da ist sie ja. So. Yeah. Die nächsten drei Fähigkeitspunkte. Was können wir denn jetzt lernen? Was gibt denn Sinn? Sakaku. Sakaku. Oder machen wir das? Ich würde sagen, machen wir das. Drücke E, um alle Feinde in deiner Umgebung einige Sekunden lang anzuzeigen. Feinde werden auch durch und durchsichtige Oberflächen hindurch angezeigt. Nehmen wir das noch vorher. Ist, glaube ich, nicht so schlecht. So. So. Sehr, sehr gut. Jetzt ist der Gratler da oben dran. Auf dem Dürmchen dort. Und weg mit dir. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir es schon mal ein bisschen leichter. So. Jetzt müssen wir noch alle Gegner umklatschen. Und dann passt das schon. So. Das heißt, wir gehen mal wieder hier durch. So. Versteckus. Versteckus totalus. Und ich will darüber. Jawohl. Und jetzt machen wir die Seite. Sauberst und anständig. Sauberst und anständig. So. So. Du bist schon mal weg. Passt. Sehr, sehr gut. Hier werden wir eine Falle machen. Eins, zwei. Komm, noch ein dritter. Jawohl. Tschüss. Super. Dann der Nächste. Da drüben, glaube ich, krebst ihm einer rum. Na nü. Okay. Ähm. Verstecken. Verstecken. Oh, mein Gott. Oh Gott, das lief gut. Wow, das lief gut. Das lief sogar sehr gut. Das lief nicht so gut. Der schaut jetzt nur. Okay. Und tschüss. Kommt da jetzt jemand, oder was? Ich verstecke mich mal. Tatsächlich. Boah, war das wieder knapp. Passt mir gerade sehr gut, weil somit kann der nämlich auch super niedergemäuchelt werden. Super. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Vorsichtig? Okay. Bogenschilds und so, ne? Der Bogenschütze. Nein, das war schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Das gibt wieder Minuspunkte. Ach, Kacke. Na, das gibt's ja nicht, oder? Nein, dieser Kacke-Bogenschütze da drüben. Wieso hat er den jetzt nicht umgebracht? Ich hasse dich, Aragam. Ich hasse dich. Wieso hast du den jetzt nicht umgebracht? Es ging sich grad nicht aus, ne? Ich hätte warten sollen. Mann, ey, das macht doch keinen Spaß, so. Jetzt kill ich einmal vor die Hütten und dann... Ja, und jetzt vergesse ich natürlich wieder die scheiß Fallendingens. Ach, ich krieg ein Geschirr, echt. Weißt du was? Nochmal. So, mitnehmen. Mitnehmen den Dreck. So. Mann, ist das wieder bitter. Ich könnte weinen, echt. Geh, ich hab das doch so schön hinbekommen. Und jetzt wieder nix. Das ist halt so kacke. Das ist grad so unglaublich bitter. Hallo, kommt es bald mal? Nur einer? Echt, das wird sich ausgehen. Nochmal Checkpoint. Äh, Checkpoint zurück. Ja, meine ich. Das muss ich grad nochmal probieren. Das geht sie. Beim zweiten Mal kriege ich so ziehen, immerhin. Das geht sie aus. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Ehrlich nicht. Also, ich bin so, ne? Hä? Tatsächlich, es kommt nur einer. Das könnt ihr jetzt echt hinkriegen. Und tschüss. Cool, ich hab mir grad ein Dings gespart. Mann, ist das bitter. Mann, ich könnte mich so ärgern. Jetzt kommt der zweite. Schlecht. Bleibt jetzt da. Ja. Tut er. Und tschüss. Was ist das bitte? Das ist so kacke. Ach, Menuh. Warum denn? So, ich wollte mich gerade dahin bohren. Geht der zurück? Ich glaube ja. So, der ist weg. So, der ist mal erledigt. Dieser Bogenschütze da oben. Ma, ich hasse es. Echt, das kann ja wohl nicht sein. Hä, wo ist denn der hin? Oh, vaya. Sehr gut. Sehr gut. Ist auch erledigt. Sehr gut. Wow. Okay, das lief gut. Das lief sehr, sehr gut. So. Ach, ist das doof. Trotz allem, doof, doof, doof. Jetzt ist der da oben dran. Warten. Und weg mit dir. Sehr gut. Boah, das klappt ja schon mal. Also das kann ich ja. Tja. Dafür den Rest nicht. So, runter mit uns. Husch, husch, husch. So, da rein. Boah ist das Kaka. Kaka, kaki, kak. Na, komm. Hüpf. Und an diese Stelle jetzt nochmal. Tut mir so leid. Manchmal fehlen ich sogar unabhängig. So. Dann hier die Falle. Kommen die schon? Na. Nur einer. Das kann ich natürlich nicht laden, ne? Hm. Das ist halt die Frage. Boah, ey. Den dritten Krieg jetzt irgendwie nicht. Ich muss doch mit dem so gehen. Meisters ehrlich. Das ist so bitter. Wo ist denn? Oh, Kradler. Boah. Nicht schön, aber zwecksmäßig. So. Geht, Dreck. Warte, ich bin wieder erschrocken. Okay, das bringt sie gar nichts. Boah. Ah, das kannst du nicht machen. Ah, das kannst du nicht machen. Ah, das ist unglaublich. Ich bin am verzweifeln. Ach ja. Ich bin am verzweifeln. Ich bin am verzweifeln. Und ich muss meine Aufnahme-Session schon beenden. Also es ist eigentlich eh komplett wurscht, was ich jetzt hier mache. Es ist eigentlich sinnlos. Kommt er? Toll, jetzt kriegt er das nicht mit, oder was? Da muss ich ihn halt so umlegen. Wenn er weg ist. Jetzt hat er es mitbekommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und weg mit dir. Mann, ist das alles bitter. Das ist so bitter. Lalalala. 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 Bitter, bitter. Bitter, bitter, bitter. Das ist so ärgerlich. Oje, 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 miné. Das ist alles kacke. Ram, da, ram, dam, bam. Das ist alles kacke. Oje, oje, miné. Tschüssi. Tschüssi. Mann, 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 Mann. Der eine Bogenschütze, dieser Gratler, der hat mir den Tag versaut. Ich weiß nichts drauf, ich weiß nichts zum Sagen. Ich, 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 es ist so scheißlich. Das ist wirklich scheißlich. Buhu. Komm, hüpf. Hüpf. Du sollst hüpfen. Kommt da? Kommt schon. So, weg mit dir. Dann hier rauf. Weg mit dir. Da werde ich echt eine ganz schlechte Bewertung kriegen. Weiß ich jetzt schon. So viele sinnlose Tote vor allem. Da kriege ich ganz bestimmt eine ganz, ganz schlechte Bewertung. Was war denn das jetzt? Du Tep, du Tep, du Tep, du Tep, du Tep, du Tep. Tep, 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 Tep. Weiler ans Licht. Mann, ey. Ich weine mal eine Runde. Ich kriege das nicht mehr hin heute, glaube ich. Naja, es hilft dir eh nichts. Ich könnte heulen, wirklich. Wirklich, wirklich heulen. Das ist so bitter. Naja, ich werde jetzt mal den Part beenden. Und mich ein bisschen ärgern. Ähm, ja. Manchmal soll es halt nicht sein, ne? Oh, das ist echt, das war so knapp, ey. Es ist halt echt zum Heulen. Aber wir haben wenigstens alle Schriftrollen eingesammelt. Und sind schon ein bisschen weiter mit unserem Wissen, mit unseren Fähigkeiten. Das ist ja schon mal nicht ganz so schlecht. Aber es ist halt, ja. Der Rest lässt bei mir halt zu wünschen übrig. Ach Mann, das ist halt echt bitter. Naja, was soll ich machen? Der Part ist jetzt ein kleines bisschen kürzer als sonst immer. Dafür habe ich, glaube ich, im letzten oder vorletzten eh Überlänge gehabt. Es gleicht sich dann eh aus, weil es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt noch weiter probiere. Weil, ähm, ja. Sagen wir so, in drei Minuten schaffe ich das nicht, hier clear zu machen. Also ich nicht. Na gut, ihr Lieben. Ich entschuldige mich abermals für meine vielen, vielen unnötigen Fails. Es ist halt echt, manchmal will ich zu viel und dann werde ich dafür bestraft. Ist auch richtig so. Bescheidenheit ist, ja. Ist ab und zu doch besser. Auf jeden Fall, ja, ein bisschen dumm gelaufen. Aber im nächsten, in der nächsten Aufnahmesession wird es wieder besser laufen. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.